Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von diesem Sphere und unserer Black Widow Challenge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Beim letzten Mal haben wir ein kleines Upsi gehabt. Ihr seht's hier schon. Unsere liebe Black Widow, die liebe Mai, ist schwanger geworden. Und zwar von niemand anderem als ihrem neuen Ehemann, dem lieben Victor Feng. Wir haben nämlich auch Victor Feng beim letzten Mal geheiratet. Unser vierter Ehemann von zehn Ehemännern. Denn wir spielen die Black Widow Challenge und falls ihr die nicht kennt, man muss zehn Ehemänner ehelichen. Und eine Scheidung von den jeweiligen Ehemännern findet nicht traditionell statt, sondern man muss sie um die Ecke bringen. Und wir haben schon einige Männer um die Ecke gebracht. Hier vorne haben wir nämlich so einen kleinen süßen Friedhof. Wir haben einmal den lieben Nubuya, das erste Opfer der schwarzen Witwe. Dann haben wir die liebe Jasmine, das zweite Opfer der schwarzen Witwe. Und wir haben Christopher, das war ein Werwolf, der eigentlich unsterblich war, den wir dann aber trotzdem in Seelsalz befördern konnten. Neben der crazy Schwangerschaft von unserer Mai haben wir außerdem das Haus umgebaut. Wir haben jetzt ein Kinderzimmer, weil wir ja schwanger sind und das Baby wahrscheinlich heute kommen wird. Wir haben außerdem ein richtiges Wohnzimmer und Esszimmer und eine ganz, ganz tolle Küche. Vielen lieben Dank für eure ganzen Kommentare. Ihr feiert dieses ganze Interieur und vor allen Dingen auch den neuen Style des Hauses. Und das passt halt viel, viel besser auch zu Mai. Falls ihr dieses Haus runterladen möchtet, hier ist natürlich ein bisschen Custom Content drinne. Ich habe euch ursprünglich ja erklärt, dass ich das Haus ohne Custom Content hochladen werde in die Galerie. Was macht Andi beim letzten Mal? Baut natürlich das Haus mit Custom Content. Wow. Ich habe euch aber eine Version ohne Custom Content in die Galerie hochgeladen. Ihr findet das Haus in meiner Galerie unter der EAID-Paradise und das Grundstück heißt Black Widow Home. Und im heutigen Part haben wir einiges zu tun. Nummer eins müssen wir irgendwie mit dieser Schwangerschaft fertig werden. Nummer zwei möchte ich unbedingt, dass uns der liebe Victor mit unserer neuen Affäre den lieben Alan Sadja erwischt. Alan ist ein Sim aus Tomerang und wir haben beim letzten Mal ihn besucht und seine Familie. Ja, er ist verheiratet. Wir bringen schon wieder Ehen durcheinander. Und ich möchte Victor heute auch aus dem Leben bringen, beziehungsweise ums Leben bringen. Denn es wird auf jeden Fall Zeit. Victor hat viel zu lange gelebt und wir müssen uns auf jeden Fall ranhalten. In diesem Sinne, schneid euch an, haltet euch fest. Es geht weiter mit einer neuen Folge unserer Black Widow Challenge. Liebe süße Maus, guck doch mal, dass du dich bitte in dein Biberbettchen legst. Ich möchte außerdem, dass alle automatischen Lichter an sind. Ich glaube, wegen dem Umbau habe ich alles aktiviert. Leg dich hin, süße Maus, du musst dich ausruhen. Du bist schwanger. Ich glaube, dass deine Kräfte auch wirklich sehr am Limit sind. Und du, Victor, was machst du? Du schaust dir irgendwas in den Sternen an. Das ist ja wunderbar. Ich habe beim letzten Mal unter anderem ja auch einen alten Herd hier platziert. Was ich aber noch nicht gemacht habe, das mache ich noch, Fixi Foxi. Ich habe noch keinen alten Kühlschrank platziert, der im besten Falle auch noch gebraucht ist. Perfekto. Den werden wir hier auf jeden Fall platzieren. Der wirkt jetzt erstmal ein bisschen deplatziert in dieser super dunklen Bude. Aber ich will ja was ganz Besonderes machen. Ich möchte nämlich, dass der liebe süße Victor vielleicht doch ums Leben kommt, während er irgendetwas zubereitet. Das werden wir aber am nächsten Morgen machen. Ab in dein Biberbettchen, süße Maus. Wenn wir haben einiges vor am nächsten Tag mit dir, unter anderem dich vielleicht rausbringen. Ähm, was, äh, was, was ist hier los? Kannst du dich bitte schlafen legen, Boy? Bitte legen sie sich hin. Ist ja unglaublich, dass du direkt wieder aufstehst. Das ist einfach ein bisschen frech. Wir haben nämlich einiges vor am nächsten Tag. Unter anderem irgendwie dein Ableben planen. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Ihr habt mir geschrieben, dass ihr gerne Feuer sehen würdet. Ich glaube, Feuer oder Elektroschock würde ich auch absolut fühlen, Leute. Das wäre absolut toll und es würde halt auch richtig gut passen, weil wir halt die wunderschönen modernen Geräte aktuell ausgetauscht haben, weil sie gerade in Reparatur sind und weil wir diese alten gebrauchten Geräte gerade noch im Haus haben. Aber das wird auf jeden Fall nice. Viktor wird heute erstmal in Urlaub nehmen, ne? Er muss erstmal zu Hause bleiben. Er kümmert sich um seine Frau. Viktor, du könntest eine Kleinigkeit zum Frühstück servieren. Und zwar Rührei mit Speck. Natürlich möchte ich nicht, dass du dich verletzt, während du das tust, weil wir dich ja noch ein bisschen eifersüchtig machen müssen. Und zwar, wenn du uns mit der Affäre erwischst. Aber vielleicht haben wir Glück und es brennt doch heute irgendwie im Haus. Liebe süße Maus, ähm, guck doch mal, dass du... Oh, oh, was ist jetzt los? Ich glaube, sie muss sich schon wieder übergeben. Nein! Oh, okay, okay. Es wird gleich Frühstück geben. Chill out, girl, chill out. Viktor, du hast doch schon mal einmal ein Feuer angefangen. Warum klappt denn das nicht? Wir haben beim letzten Mal, hatten wir nämlich so ein kleines süßes Feuerchen, aber es klappt irgendwie nicht. So, Viktor, du kannst dich auf jeden Fall hier hinsetzen. Und Mai, du kannst dich mit dem Essen auch hier hinsetzen. Dann könnt ihr nämlich zusammen im neuen Esszimmer dinieren oder essen. Okay, sie wollen nicht ins Esszimmer gehen. Keine Ahnung warum. Äh, guck dir dieses ekelhafte Klo an. Oh mein Gott, okay. Du könntest, glaube ich, dem süßen Boy doch dann befehlen zu putzen. Das haben wir beim letzten Mal doch richtig schön gemacht. Los, auf geht's! Putz die Toilette! Oh Gott, wir haben auch eine schwierige Familiendynamik. Ich meine, das sagt schon alles. Holy moly, jetzt sind auch noch die beiden Geräte kaputt gegangen. Na aber, Viktor, er musste aber hin und musste hier so ein bisschen reparieren. Schau mal bitte, dass du das machst. Und du kannst dich doch bestimmt in deine neue, wunderschöne Badewanne begeben und ein bisschen, ein bisschen ein Schaumbad nehmen. Wenn du schon so eine coole Eckbadewanne hast, dann genieß doch einfach mal deine Zeit in der Badewanne. Und du versuchst hier erstmal den Kühlschrank zu reparieren. Jetzt gucken wir doch mal, dass du vielleicht einen kleinen Elektroschock bekommst, wenn wir Glück haben. Oh mein Gott, warum kriegst du denn keinen Schock davon? Ich find's so crazy, wie oft ich immer mit meinen Sims Elektroschocks bekommen habe, wenn ich hier was repariert habe. Und jetzt, wo ich's brauche, passiert's nicht. So, und du kannst ja mal jetzt deinen neuen Boy anrufen, und zwar den lieben Alan. Den kannst du mal fragen, ob er auf dem aktuellen Grundstück abhängen möchte. Come on, girl! Genau, du kannst ihn ja mal anrufen und auf ein romantisches Picknick einladen. Na, wie wäre das? Es gibt doch so eine coole, romantische Picknick-Decke. Weil ich glaub, dass heute ein sehr, sehr warmer Tag ist. Hallo, Alan! Da bist du ja! Dann lass doch mal gucken, dass du den Himmel nochmal mit Alan beobachtest. Auf der wunderschönen Picknick-Decke, die ich euch hier hingelegt habe. Das könnt ihr auf jeden Fall machen. Während Victor hier immer noch versucht, alles zu reparieren. Dieser Kühlschrank ist doch immer noch kaputt. Hast du den nicht grad repariert? Was ist hier schon wieder los? Ich find, das sieht sehr, sehr gut aus. Vor allen Dingen mit dieser Pfütze und diesem Elektro-Zeugs, was es hier gibt. Jetzt reparierst du den Herd auch nicht zu Ende. Was ist denn hier los? Und ihr schaut schön in den Himmel. Ich mein, sie kann jetzt auch die Schwangerschaft nicht mehr verbergen. Und ich glaub auch, dass die kleine Notlüge, die wir beim letzten Mal ihm erzählt haben, dass wir eine Nachbarin sind, dass die auch hinfällig ist. Vielleicht war sie einfach zufällig in dieser Nachbarschaft und hat halt Schutz gesucht, weil es ihr nicht so gut ging wegen ihrer Schwangerschaft. Ich mein, das kann ja auch alles sein. Wir können außerdem mit dem süßen Boy ein bisschen knuddeln. Das können wir direkt auch mal auswählen. Jetzt knuddelt mal, ihr süßen Mäuse! Oh, Mai und Ellen sind beide sehr zufrieden in der Beziehung. Das finde ich ja schon wieder großartig, ne? Du bist hier immer noch am Rumwerkeln und hast immer noch keinen Schock bekommen. Das finde ich ja schon wieder völlig frech. Oh mein Gott! Er hat einen Schock bekommen! Er hat einen Schock bekommen! Sehr, sehr gut. Leute, wir sind kurz davor. Das Moodle hält drei Stunden an. Oh mein Gott! Was ist passiert? Wir haben einen Schock bekommen. Wir müssen unserer Ehefrau davon erzählen. Dann auf geht's, süßer Boy. Erzähl auf jeden Fall deiner Frau davon. Holy moly! Und ihr beide könntet ein bisschen... Ohohoho! Und Viktor ist direkt eifersüchtig, als er die beiden gesehen hat. Ja, ja, ja! Oh mein Gott! Er ist richtig sauer auf uns! Wie sie sich freut, dass er einfach sauer ist! Ich kann ihn ja. Mai und Ellen haben eine heiße Beziehungsdynamik. Das können wir auf jeden Fall auch stattfinden lassen. Jetzt los, los, los! Komm doch mal raus und hab ein kleines Techtelmächtel. Vor allem für alle Leute Augen, ne? Und ab geht's! Und du kannst da mal in Ruhe hingehen. Oh mein Gott! Was ist da denn los? Oh no! Der arme, süße Viktor. Er wird betrogen und er erfährt es hier. Ich glaube, dass er jetzt auch eine gewisse Abneigung hat. Kann das sein? Wir gucken mal ganz kurz. Verletzt und erzürnt über Betrug, ist der liebe süße Viktor. Viktor fühlt sich von Mai schlecht behandelt. Und wenn er in der Nähe von Mai ist, wird er an diesen Schmerz erinnert. Er zürnt über Betrug. Viktor ist fassungslos, dass Mai ihrer Beziehung so etwas antun konnte. Bereits der Anblick von Mai erinnert Viktor daran, dass Mai sein Vertrauen missbraucht und ihn betrogen hat. Ha 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 ha! Und jetzt kannst du den Herd nochmal reparieren. Ich muss mich ablenken. Ich bin so völlig fertig, dass meine Ehefrau mich betrügt. Ich muss meiner neuen Leidenschaft dem Reparieren nachgehen, damit ich mich ablenken kann. Und ich gehe natürlich davon aus, dass ich das erfolgreich reparieren werde. Warte mal, der Kühlschrank ist doch immer noch kaputt, Leute. Da muss er den doch auch nochmal reparieren. Beide Süßmäuse müssten jetzt mittlerweile ja auch fertig sein mit ihrer Lamour. Von der wahren Liebe tagträume ich kann ja nicht mehr. Als ob du eine wahre Liebe hast, Girl. So, wir haben jetzt... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, Leute! Ich kann nicht mehr! Hallo, Sensi! Ich hätte nicht gedacht, dass es so einfach geht. Ihr hattet so recht. Oh nein, unser Ehemann! Was machen wir denn jetzt? Zeuge von Ableben sein. Viktor Feng findet wegen Elektroschock sein Ende. Oh mein Gott! Ich kann nicht mehr. Ich bin völlig entsetzt. Wir verkaufen mal ganz kurz was. Wie sie einfach die Herzen macht, während er hier tot liegt. Ich bin völlig erledigt. Okay, ich bin fertig. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Viktor ist gestorben. Dass das so einfach geht, Leute. Ich bin gerade ein bisschen begeistert davon, ne? Das heißt, wir können jetzt auch mit dem lieben Ellen starten, eine richtige Beziehung einzugehen. Das wird ja richtig spannend heute. Ich bin richtig erfolgreich. Oh mein Gott! Ich hatte richtig Panik. Ich muss tatsächlich sagen... Ich muss wirklich fairerweise sagen, ich habe immer Panik vor diesem Ableben oder vor diesen Toden. Weil ich immer denke... Oh Gott! Wie lange dauert es, bis das passiert? Aber das klingt ja mal mega easy. Lieber Sensi, Walte deines Amtes. Genau. Und danach können wir auf jeden Fall... Oh mein Gott! Und danach können wir auf jeden Fall auch nochmal mit dir ein bisschen Quatschi-Quatschi machen. Sensi, schön, dass du da bist. Oh, schön! Wir ersetzen mal ganz kurz hier diese Schose hier hinten. Weil das können wir uns jetzt hier nicht leisten, dass noch irgendjemand stirbt. Oh Gott! Und Ellen geht auf jeden Fall, weil er so traurig ist. Oh! Ja, okay, Ellen. Wir rufen dich an. Bis dann! Jetzt kann der nächste Grabstein hier vorne in den Vorgarten. Ihr fandet es irgendwie ganz cool, by the way, dass ich die Kuhpflanze hier lasse und den kleinen Friedhof sozusagen hier lasse. Damit haben wir auch diese Inschrift geändert. Wir sind bei potenziellem Ehemann Nummer 5. Oh, Ellen ruft uns an. Hallo! Hi, Mai! Ich bin's, Ellen. Mmh, schön! Du hast mir neulich deine Nummer gegeben. Willst du ausgehen? Ja, was soll ich sagen? Also, natürlich. Ich möchte auf jeden Fall ausgehen. Morgen früh habe ich Zeit für dich. Super, dann sehen wir uns morgen. Ich kann es kaum erwarten. Dankeschön, Boy! Dankeschön! Und während der Süßling jetzt natürlich außer Haus ist, können wir versuchen, noch ein bisschen romantisch zu interagieren mit, ja, dem Sensenmann. Oh, einen Anmachspruch können wir loswerden, oder? Lass uns mal einen Anmachspruch loswerden. Und dann können wir aufreizend posieren. Oh ja! Weil ich glaube, dass der Sensenmann richtig scharf auf uns ist. Und dann können wir nochmal die Hände küssen. Vielleicht lässt er das ja zu. Diese alten, trockenen Hände können wir küssen. Aber wir lieben es. Weil der Sensenmann der Einzige ist, der uns treu ist und der immer noch da ist. Oh, wir küssen die Hände. Oh, das war gut für unser Bestreben. Wir haben den siebten Sim die Hände geküsst. Das finde ich ja großartig. Ach ja, du absolut goldige Süßmaus. Wir können doch bestimmt auch nochmal Nummern austauschen. Theoretisch haben wir die ja schon. Aber wir haben noch nie offiziell gefragt. Wir können flirten. Oh, romantische Zufriedenheit beginnt. Das ist ja großartig. Bitten, verführerisch zu tanzen. Das können wir nochmal machen. Alles in der Küche, wo es geschehen ist. Das ist auch ein bisschen makaber, ne? Und wir können eine Rose anbieten direkt danach. Jetzt geht's aber richtig heiß. Los hier! Lass die Hüften kreisen. Boy! Boy! Ja, auch du bist gemeint. Oh la la! Das ist ja mal mega nice. Wir sind auf jeden Fall Best Friends mit dem Sensenmann. Und wir haben eine richtig gute romantische Beziehung, die allerdings immer wieder abflacht, weil er ja ins Jenseits zurückkehren muss. Deswegen, ich erkläre mir das einfach so, dass er, wenn er zurückkehrt, so ein paar Sachen vergisst. Und deswegen, ja, müssen wir ihn immer wieder daran erinnern, dass wir die Angebetete sind. Nimm dir erstmal was zu essen. Du musst nämlich auf jeden Fall was schnabulieren. Oh Gott, Blase und Hunger. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Wir haben auf jeden Fall auch neue Emotionen, was den Sensenmann angeht. Und da ruft uns Ellen direkt an. Das müssen wir direkt gleich nochmal machen. Wir sind sehr zufrieden, wir sind gut kompatibel und wir haben eine Schwärmerei. Großartig. Was will denn Ellen von uns? Hallo Mai, es tut mir wirklich leid, von deinem Verlust zu hören. Vielleicht könnte dich ein gemeinsames Frühstück ein wenig aufmuntern. Oh mein Gott. Das machen wir, Leute. Okay, bis morgen. Okay, das ist das Date, was wir morgen mit ihm haben, ne? Das ist ja großartig. Geht ein, ey, warte mal, ist denn bis dahin unser Baby geboren? Wir sind aktuell im zweiten Trimester. Vielleicht sollten wir auch mal zum Gynäkologen gehen, Leute. Wir können mit dem Sensenmann zusammen zum Gynäkologen gehen. Das ist ein bisschen frech, ne? Wir können mit Ellen zusammen zum Gynäkologen gehen. Weil wir wollen natürlich auch wissen, was es wird, ob Mädchen oder Junge. Ich bin sehr, sehr gespannt. Danach machen wir hier klar Schiff. Da kann auf jeden Fall der neue Partner oder potenzielle Partner da sein. Oh ja, wir können ja sagen, oh nein, unser Ehemann ist gestorben und kannst du uns bitte begleiten? Wir brauchen deine Unterstützung, wenn wir zum Gynäkologen gehen. Bitte, bitte begleite uns, Ellen. Und Ellen sagt natürlich, liebe meines Lebens, natürlich gehe ich mit dir zum Gynäkologen. Ich lasse dich nicht im Stich mit deinem Baby. Holy, ja, das ist die Story, die wir brauchen. Oh, wie der Sensenmann hier aufräumt und putzt. Das ist so lieb, ne? Er ist einfach Boyfriend und Husband Material, ne? Das ist einfach so. Ich glaube, die Idee, ihn zum Ende zu heiraten, wenn alles, ähm, uns ruft, ne Katze an. Ich habe gehört, dass jemand, der dir sehr am Herzen lag, aus dem Leben geschieden ist. Mein herzliches Beide. Dankeschön, Asparagus, du süße Katze, die ein bisschen schielt. Warum rufen uns Katzen an? Ist irgendwie ganz weird. Also, Ellen ruft uns schon wieder an. Okay. Hey, Mai, ich bin's, Ellen. Liebe liegt in der Luft, findest du nicht auch? Wir sollten die Gelegenheit nutzen, uns zu verabreden. Natürlich! Hallo, wir sind zusammen beim Gynäkologen. Du hättest uns auch fragen können direkt. Der Ellen hat's auf jeden Fall ein bisschen eilig, unser Boyfriend zu werden. Alter, was ist los? Hey, Mai, wie geht's dir? Ein Freund von mir hat gehört, wie toll du bist und möchte gern deine Nummer. Nein! Sag mal, warum rufen uns so viele Leute an? Also, übertreibt's dieser Ellen einfach. Was ich eigentlich sagen wollte ist, wir haben uns dazu entschieden, dass nach dem 10. Ehemann, den wir um die Ecke gebracht haben, lol, werden wir auf jeden Fall den Sensenmann heiraten. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob der Sensenmann uns heiraten möchte, Nummer 1, aber wie das auch wird mit dem gemeinsamen Leben. So, zunächst einmal möchte ich aber wissen, was dabei rausgekommen ist bei dem Gynäkologen und ob wir Junge oder Mädchen bekommen. Oh Gott, drückt uns die Daumen, dass es Nummer 1 nur ein Baby ist. Also, das würde ich irgendwie fühlen. Es wird höchstwahrscheinlich ein Mädchen und ein Baby. Oh mein Gott, wie passend es auch bitte ist, Leute. Das ist einfach, das ist einfach die neue Black Widow. Das passt richtig gut. Dann können wir dem Mädchen alles beibringen, was wir über Verführung des anderen Geschlechts wissen. Das passt richtig gut. Unsere kleine Prinzessin wird geboren. Das ist ja mal mega cool. So, der Tod hat sich verabschiedet, genau. Ich glaube es nicht. Hallo Mai, ich bin's. Findet das Date noch statt? Na klaro, wir sind auf dem Weg. Oh Gott, er kann es überhaupt nicht erwarten, ne? Er möchte unbedingt ein Date mit uns haben. Ich bin ein bisschen, ein bisschen gehypt. Und willkommen in der Bar, du süßes Maus. Wir haben allerdings leider nur eine von diesen alten Verabredungen. Ich würde super, super gerne mit ihm eine von diesen neuen Dates haben. Irgendwie lässt es mich gerade das nicht zu. Bitten, eine Beziehung einzugehen. Oh, ist das ein bisschen zu früh, Leute. Ich würde folgendes machen. Wenn wir Allens Freundschaftslevel auch auf 100% erreichen bei dieser Verabredung, dann würde ich ihn bitten, mit uns eine Beziehung einzugehen. Ich glaube, dass das ganz cool ist. Dann können wir jetzt nämlich noch ein bisschen die Freundschaft leveln. Und dann haben wir ein kleines Ziel, was wir erreichen müssen, um eben die Freundschaft bis aufs Maximum zu bringen. So, dann gucken wir mal, dass wir erst mal ein bisschen quatschen und vielleicht ein paar Witze erzählen. Wir parodieren mal jemanden. Sagen wir mal ein bisschen was anderes. Wir müssen ja nicht immer nur kokett sein, ne? Wir können Witz über Professoren erzählen. Das Date wird immer besser. Ja, ich weiß doch, Boy. Ich weiß, du liebst es und du liebst uns. Du einsames Süßmaus. Er ist bestimmt auch total einsam in seiner Ehe. Sonst hätte er sich nicht mit uns irgendwie geflüchtet. Wir können ihn auf jeden Fall auch knuddeln. Und wir können seine Hände küssen auf jeden Fall. Und wir können liebevoller umwerfender Kuss. Wow, was ist das für eine Interaktion? Oh, jetzt schaut mal. Oh mein Gott, wie schön. Das ist so ein Schwebekuss aus Sims 3. Oh mein Gott, wie süß. Ich glaube, dass das durch die neue Romantikfähigkeit kommt. Also das ist so eine neue Interaktion. Liebevoller umwerfender Kuss, so heißt es. Wir können doch mal heiß rumknutschen. Aber eigentlich wollte ich ja die Freundschaft leveln. Oh, Zufriedenheit. Die romantische Beziehung von Mai und Victor ist so stark, dass ihre romantische Zufriedenheit jetzt unabhängig voneinander ist. Cool. Wir sind bei 100% ja. Jetzt können wir ihn endlich fragen, ob er mit uns eine Beziehung eingeht. Bitten, eine Beziehung einzugehen. Auf geht's, Boy. Oh Gott, das wird ja großartig. Boy, wir wollen jetzt Nägel mit Köpfen machen. Wir wollen dich als Beziehung. Bitte sag ja. Bitte, 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 Boy. Bevor die Verabredung vor allen Dingen endet. Ja. Mai bittet Ellen um eine romantische Beziehung. Großartig. Ellen ist soeben das Herzblatt von Mai geworden. I like, I like. So, dann kannst du jetzt auf die Pipi-Box gehen. Lass uns nach Hause düsen schnell. Die Toilette ist besetzt. Dann schaffen wir es nicht mehr rechtzeitig. Wir düsen nach Hause. Und ich würde sagen, wir nehmen Ellen doch einfach mal mit nach Hause. Weil dann könnten wir ihn auch direkt fragen, ob er uns heiraten will. Blups. Und da wäre Ellen auch schon weg. Kaum, dass ich auf dem Grundstück war. Aber das ist überhaupt kein Thema. Geh bitte auf die Pipi-Box. Du musst ganz, ganz dringend. Renn bitte. Bitte rennen Sie. Genau, wie sieht es mit den anderen Bedürfnissen aus? Oh, wir müssen auch noch auf jeden Fall was essen. Ähm, können wir bitte hier generell mal bitte alle Lichter anmachen? Weil das ist alles ein bisschen düster hier. Und was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist diese hässlichen Austauschgeräte wegmachen. Und unsere richtigen Geräte hinstellen. Warte mal. Der Kühlschrank ist auch nicht nice. Wir nehmen mal den richtig teuren Kühlschrank, der mit dem Pack kam. Perfekt. Und dann haben wir doch die Küche hier sehr, sehr gut eingerichtet. Dann kannst du dir jetzt auf jeden Fall ein paar Reste nehmen. Und zwar, hm, vielleicht nochmal so ein Grillkäse. Das ist doch super lecker. Wir werden jetzt erstmal was schnabulieren. Danach werden wir uns in unser Biberbettchen begeben. Und werden auf jeden Fall ein bisschen schlafen. Ich gehe mal davon aus, dass das Baby auch bald kommen wird. Das heißt, wir müssen so ein bisschen hinmachen, was die Hochzeit angeht. Dass wir vielleicht vor dem Baby oder kurz nach der Geburt des Babys heiraten. Ich hoffe, dass wir das noch alles so hinkriegen. Aber ich bin guter Dinge. Einen wunderschönen guten Morgen, süße Maus. Wie wäre es denn, wenn du jetzt Ellen einlädst, auf dem aktuellen Grundstück abzuhängen? Ich hoffe, dass er jetzt nicht schläft. Das würde jetzt irgendwie tatsächlich irgendwie meine Pläne ein bisschen kaputt machen. Bitte Ellen, komm vorbei. Wir wollen dich fragen, ob du uns heiraten möchtest. Na, was sagst du? Ellen schläft um sechs Uhr morgens. Okay, wow. Na gut. Wir rufen ihn einfach gleich nochmal an. Kein Thema. Ellen wird gleich da sein. Hallo Ellen. Schön, dass du da bist. Ach, wie wunderschön. So, zunächst einmal. Oh Gott. Können wir ihn schon heiraten? Ellen ist bereits verheiratet. Ach, stimmt. Ich muss ihn ja noch davon überzeugen, dass er seine Frau verlassen soll. Sich trennen von. Wir können ja mal nachfragen, was er von seiner Ehefrau hält. Die haben wir doch kennengelernt beim letzten Mal, oder? Lien Sadia oder Sadia. Das ist ja seine Ehefrau. Da können wir ja mal fragen, was er von der hält. Ja, ist doch gut. Du gehst gleich auf die Bibibox. Frag erstmal deinen Schatz, was er von seiner Ehefrau hält. Dann werden wir jetzt erstmal was rausfinden. Seine bessere Hälfte. Wir sind verheiratet. Ich glaub's ja nicht. Nee, das glaub ich ja wohl nicht. Überzeugen, Ehepartner zu verlassen. Das können wir nochmal versuchen. Auf geht's, Girl. Versuch nochmal, alles in deine Weiblichkeit reinzusetzen. Und die Unschuldsmine zu machen. Ich glaub, er macht es. Mai hat Ellen überredet, seinen Gatten oder die Gattin zu verlassen. Ja. Und jetzt werden wir auf jeden Fall heiß rumknutschen mit ihm. Und werden ihn leidenschaftlich küssen auf jeden Fall. Und dann werden wir ihn fragen, ob er uns heiraten möchte. Ich bin ein bisschen überrascht, wie einfach es auf einmal wieder funktioniert. Und wie großartig das ist. Ja, ich liebe einfach alles daran. Auf geht's, Girl. Mach deinen Antrag. Warum ist es eigentlich heute so düster? Mai macht Ellen einen Heiratsantrag. Jetzt muss er nur noch Ja sagen. Oh mein Gott, ich bin ein bisschen überrascht, wie gesagt, wie einfach das geht. Großartig. Wir sind jetzt verlobt. Mai hat sich soeben mit Ellen verlobt. Oh, ihr Süßmäuse. Aber es wird nicht lange. So, wir werden für den morgigen Tag definitiv eine Hochzeit planen. Christopher, Nubuja, Victor und Jasmine sind unsere Ex-Gatten und damit auch Geister. Und wir werden den Sensenmann einladen. Wir werden auf jeden Fall ehrlichen Kuss, Gelübde und auch... Oh, wo war das mit dem Reis? Reis werfen. Das können wir auch noch machen lassen. In unserer Residenz morgen um 12 Uhr mittags definitiv die Hochzeit stattfinden lassen. I like, Leute. I like. Das heißt, wir haben die nächste Hochzeit. Das bedeutet allerdings auch, sobald wir auch geheiratet haben, werden wir eine neue Affäre beginnen müssen. Das heißt, dass wir dann nochmal das Zufallsrad drehen werden, damit wir wissen, in welcher Stadt wir die nächste Affäre suchen. Oh, wartet, wartet, wartet. Ich habe die Heiratsurkunde mit Victor nicht mehr. Habe ich die irgendwie im Haushaltsinventar? Kann das sein? Gott sei Dank, die ist im Haushaltsinventar. Oh mein Gott. Ich hätte mich jetzt geohrfeigt, ne? Wenn die jetzt nicht hier gewesen wäre, holy moly. Wir hängen nämlich immer die Heiratsurkunde und oben drüber ein kleines Partnerporträt, was wir bei einem Golddate bekommen haben, auf. So können wir so ein bisschen ein Buch führen, wen wir gedatet haben. Na, willst du auf ein Date? Ja, ich will auf ein Date. Sehr gut. Das ist auf jeden Fall eine romantische Verabredung. Wir werden romantisch sein. Wir werden körperliche Nähe, Techte Mechtel, das Übliche. Und wo lassen wir das stattfinden? Lass uns mal ganz kurz schauen. Oh, wir könnten nach Tomerang fahren, weil da haben wir ja diese Lounge freigeschaltet. Dann lass uns diese Verabredung hoffentlich ohne Baby noch über die Bühne bringen und noch vor dem Baby abschließen. Ich bin sehr gespannt. Aloha. Na, du Süßmaus. Du absolute Süßmaus. Ich liebe dich einfach. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich Ellen bisher am attraktivsten finde. Er ist so ein goldiger Boy, ne? Wir gucken mal, dass wir ein paar romantische Interaktionen vornehmen. Wie zum Beispiel, liebe, in aller Öffentlichkeit gestehen. Aber auch flirten, indem wir eine Rose anbieten. Und wir werden auf jeden Fall besprechen, den Baby zu bekommen. Ich glaub's ja nicht. Oh wow, dieser Sim ist einfach unwiderstehlich. Mai ist total verknallt in Ellen. Wir haben einfach alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Können doch mal Herzblatt aufbauen. Irgendwas scheint ihn zu beschäftigen. Jetzt hat sie sich erst mal schlafen gelegt. Jetzt bin ich ja völlig im Eimer. Ja, ich weiß, du bist sehr müde. Aber versuch bitte, das Date noch abzuschließen. Ich weiß, du schaffst das, Girl. Mai ist richtig in love mit dem lieben Ellen, ne? Das ist großartig. Süße Nichtigkeiten flüstern können wir. Wir können auch mal ein bisschen küssen. Und ihn vielleicht auch ein bisschen kneifen. Oh ja, oh ja. Ich glaub, dass wir das richtig gut abschließen werden. Ich hoffe es für uns einfach. Auf geht's. Noch ein bisschen knuddeln können wir. Und wir können auf jeden Fall noch mal heiß rumknutschen. Alles für die Liebe, Leute. Alles für die Liebe. Wir sind kurz vor Gold, Leute. Ich liebe einfach alles daran. Techtel-Mächte konnten wir bisher nicht machen. Aber das finde ich völlig okay. Oh, wir sind so heiß, Leute. Wir sind so heiß. Wir wollen eine Zuwendung zeigen. Können wir noch mal die Zuneigung ausdrücken? Das ist, glaube ich, ganz gut. Ja, ich weiß. Wir lieben dich. Wir können noch mal Händchen halten. Und flirten möchtest du auch noch mal. Na, das kriegst du doch. Ne Rose können wir anbieten. Holy moly. Oh, und wir sind auch kurz davor, Romantik-Level 10 zu erreichen. Das wird großartig, Leute. Wir haben Gold geschafft, Leute. Wir haben Gold geschafft. Das kurz bevor sie bewusstlos wird. Schon mal gut. Das heißt, wir können jetzt die Verabredung fröhlich beenden und bekommen das Porträt, was ich noch gesucht habe. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon. Es war ein sehr schönes Date. Ja. Ich liebe einfach alles daran. Wir haben das Porträt. Wir haben das erfolgreiche Gold-Date. Das heißt, wir können jetzt nach Hause düsen und können uns endlich ausruhen. Und ich denke mal, dass dann das Baby kommen wird. Zumindest vermute ich es. Girl, welcome home. Erstmal versuchst du noch schnell auf die Babybox zu gehen. Und danach würde ich sagen, kannst du dich in dein Biberbettchen legen. Versuch noch ein bisschen zu schlafen. Oder nein, besser, besser, besser ist, glaube ich, das Kraftnickerchen. Ich glaube, das wird ein bisschen mehr von der Energie auffüllen. Und dann sollten eigentlich irgendwann die Wehen anfangen, wenn mich nicht alles täuscht. Leg dich schön hin und ruh dich schön aus, Girl. Perfekto, genau. Dadurch können wir nämlich die Energie noch ein bisschen schneller aufladen. Perfekto. Na, wie sieht das aus? Das ist doch großartig. Dann können wir jetzt nämlich auch Rest nehmen und nochmal Eier und Toast essen. Dann lass es dir schmecken, süße Maus. Auch wenn du nicht in deinem Esszimmer essen möchtest. Aus welchen Gründen auch immer. Das passt schon. Und es müsste irgendwann jetzt auch die Geburt einsetzen. Beziehungsweise, Leute, vielleicht sollte ich ja jetzt eigentlich einen Cut machen. Ich brauche ja eigentlich noch Babynamen von euch. Wir haben rausgefunden, dass die liebe süße Mai ein Mädchen zur Welt bringen wird. Und das finde ich großartig, denn das bedeutet, dass ihr mir auf jeden Fall Babynamen unten in die Kommentare schreiben könnt. Was für ein total toller Babyname passt denn zum Baby unserer Black Widow? Schreibt mir gerne eure Vorschläge unten in die Kommentare. Ich werde sie in ein Zufallsrad beim nächsten Mal packen. Wir werden das dann drehen. Und der Name, der gewinnt, wird dann auch der Name unserer nächsten Generation, der Fleming-Familie sein. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und die Babyvorschläge zu bekommen. Ich mache jetzt hier erstmal, wie gesagt, Pause und auch den Cut, denn ich möchte nicht, dass die Wehen jetzt schon anfangen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir Like und Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Gerne auch mit eurem Feedback zum Gameplay und mit eurem Feedback, wie es bisher gelaufen ist. Natürlich auch mit den Namensvorschlägen, wie bereits gesagt. Ich bin sehr gespannt, von euch zu hören und vor allen Dingen eure ganzen coolen Namen zu lesen. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal. Das ist kostenfrei und ihr supportet mich. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Ein ganz besonderes Dankeschön geht an meine Kanalmitglieder auf Ko-Fi und YouTube. Dankeschön, dass es euch gibt. Ich blende euch hier ein. Vielen lieben Dank, dass ihr mich extraordinary supportet, dass ihr mich finanziell supportet. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das sehr zu schätzen. Und wenn ihr selber auch ein Mitglied auf YouTube oder Ko-Fi sein möchtet, unten in der Infobox gibt es alle Infos. Ich freue mich sehr, wenn auch ihr Teil des Paradise werdet. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei unserer Black Widow Challenge. Bis dann, bye! Bye!